Immer mehr Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland entscheiden sich für ein Hochschulstudium. Welche 20 Studiengänge am häufigsten gewählt werden, dazu hat der Statistikportal Statista ein Ranking erstellt. Es basiert auf den 20 am stärksten besetzten Studienfächern an deutschen Hochschulen im Wintersemester 2021-2022. BWL, Jura und Medizin, diese Klassiker sind seit Jahrzehnten bei den Studierenden gefragt. Doch die beliebtesten Studiengänge haben sich in den vergangenen 40 Jahren stark geändert. Auf Platz 5 im Wintersemester 2021-2022 landet demnach Psychologie. Platz 4 Allgemeinmedizin. Platz 3 Rechtswissenschaft bzw. Jura. Platz 2 Informatik. Und auf Platz 1 der beliebtesten Studienfächer Betriebswirtschaftsleben.